herzlich willkommen zu einer neuen ausgabe von cars for style mein name ist billy car und heute begrüße ich euch hier auf den european ford event 2016 auf dem raceway van ray in holland ja wie der name schon sagt bin ich heute auf einem event in holland auf in der auf dem van ray raceway der auch durch einige sachen bekannt ist diesmal auf dem ford event natürlich leicht kommentiertes video und vergesst nicht zu abonnieren wenn das video euch gefallen hat gebt dem video einen daumen nach oben vielen lieben dank so Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020